Guten Tag, meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen am Donnerstag, den 17. Oktober, Gedenktag des heiligen Ignatius von Antiochien. Das führt uns nun ganz in die Frühzeit des christlichen Glaubens. Er sei, so sagt die liebenswerte Legende, das Kind gewesen, das Jesus seinen Aposteln in die Mitte gestellt und vorgestellt hätte, um ihnen zu zeigen, was wahre Größe aufs Himmelreich hin ist. Und er hätte beim Apostel Johannes gelernt und sei bei ihm in die Schule des Glaubens gegangen. Jedenfalls ist er so um 110 in der Zeit des Kaisers Trajan verhaftet und zum Tod verurteilt worden und auf dem Weg, dem langen Weg vom heiligen Land nach Rom, er war der dritte Bischof von Antiochien nach Petrus und Evodius. Da hat er seine sieben berühmten Briefe geschrieben an die Gemeinde von Rom und hat zwei Dinge besonders im Sinn gehabt. Zwei lagen ihm besonders am Herzen. Das eine war die Einheit der Kirche, damals schon gefährdet, und das andere, dass man nicht aus Liebe zu ihm und aus einer missverstandenen Sorge um sein Leben ihm das Martyrium abspenstig machen soll, das ihn erwartete. Man solle ihn gehen lassen, denn er hat sich größeres und herrlicheres Leben erhofft, als das, was er da gelebt hatte. Und so kam es dann auch, er wurde in den wilden Tieren vorgeworfen und aufgefressen, aber erleuchtet im Himmel der Heiligen. Zeit darauf bedacht, hat er gesagt, nur eine Eucharistie zu feiern, denn es gibt nur einen Leib unseres Herrn Jesus Christus und nur einen Kelch zur Vereinigung mit seinem Blut. Es gibt nur einen Altar, wie es auch nur einen Bischof mit der Priesterschaft gibt und den Diakonen. Also, das greift Paulus auf ein Glaube, eine Hoffnung, ein Gott und Vater aller. Und das gibt für Parteiungen keinen Grund her. Wir kriegen das nicht legitimiert von Gott, wenn wir uns untereinander zerstreiten. Um Einheit auch, aber in einem ganz weiten Horizont geht es im Epheserbrief. Ich kann nicht widerstehen, nach dem Galaterbrief den Epheserbrief zu nehmen, der heute mit seinen ersten Versen anfängt. Weil er gar zu herrlich ist und weil ich den ganz besonders gerne habe. Und deswegen erlauben Sie mir, dass wir auch diese Bahn jetzt mit Paulus laufen. Paulus durch den Willen Gottes apostelt Christi Jesu an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Er hat uns reich beschenkt mit aller Weisheit und Einsicht und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat, die Fülle der Zeiten heraufzuführen in Christus und alles, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm zu vereinen. Also Einheit auch, aber eine ganz weit gespannte im Epheserbrief. Eine, die den ganzen Kosmos umfasst und durch alle Zeiten geht. Vor Erschaffung der Welt hat Gott uns in Christus schon dazu bestimmt, dass wir einmal seine Töchter und seine Söhne würden. Und dann noch etwas, was nie aufhört, mich zu freuen und geistlich zu beglücken. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ich finde dieses Perfekt, was hier gesagt wird und festgehalten wird und uns hingestellt wird, das finde ich großartig. Also daran kann man sich wirklich aufrichten. Wir haben die Vergebung der Sünden. Nicht hoffentlich kriegen wir sie, wenn wir uns anstrengen, dann vielleicht und so, sondern wir haben sie, denn Christus ist für uns gestorben und auferstanden. Gott segne und behüte sie alle.